Nein, nicht abknallen! Sack dir sollst du dich verpissen! So ey Benjamin, du bleibst da weiter vor Ort, klärst das, ne? Mach da weiter Druck! 3K hat mir geschrieben, da sind 3 Bullen! K1! Warte mal vom Anwesen! Auf, jalla! Ey, einfach mal kurz ein bisschen da rein! Ja, 3K Oak wurde umgeschossen von Bullen! Ich brauch kurz ne Überblick! Ich brauch kurz ne Überblick! Irgendwie von Bullen! Es ist unten weiter, beim FLD Tower! Das ist so ein Witz, ne? Also unten an Garage! Es guckt erst aber, was da abgeht! Nicht, dass es irgendwie nur ein Unfall war oder so! Also ich bin hier alles abgeflogen, hier ist gar nichts! Wir finden dann da unten im Tunnel, unten im Tunnel dann! Nein, nein! Da beim Ding, da wo die reinfahren immer! Man, da... Hat jetzt ein Auto aufgemacht! Achso, hier vorne rechts! Die fahren hier alle weg, Digga! Und dann hier links? Ja, hast du jetzt laut oder nicht? Ich hab doch Fahrzeuge aufgemacht! Digga, ich zeig die ganze Zeit den Mittelfinger, das ist ja so krank! Ich kann nicht schießen, das ist ja amazing! Ich muss aussteigen! Ich muss ja nicht aussteigen! Ey! Ja, dann fass! Unten im Tunnel! Tunnel, klar! So far rechts! Unterm KH der Tunnel! Ja, der eine funkt schon durch! Ja, dann zahlt er jetzt hin, wenn ihr da seid und f*** ihr halt! Ja, ja, dann... Jetzt hier im Tunnel, jetzt hier im Tunnel, jetzt hier im Tunnel! Alle anfangen, alle anfangen! Nein! Ey, wartet mal kurz! Wartet kurz! Wartet kurz! Sammelt euch! Lass mich bei mir raus! Lass mich bei mir raus! Lass mich bei mir raus! Digga, Timo rennt ganz radikal! Wir sind gerade jetzt mit 8 Autos vom Anwesen durchgefahren! Ey, das Auto bitte offen hier bei mir am Drafter! Mit der gelben Jacke! Lass dich offen, bitte! Dient das deiner Aktion! Was? Meine? Ja, dann kommt ein FAB besser, also jetzt oder gar nicht! Gebt mir Zeit, bis ich heil! Achtung! FAB guckt euch zu, ne? Die stehen hier schon! Haut die um! Haut die um! Haut die um! Steck mal aus jetzt, du Sau, Digga! Steck mal aus jetzt, Digga! Steck mal aus jetzt, Digga! Macht ihr denn da, Jungs? Macht den dicht, von in! Macht den dicht, von in! Macht den dicht jetzt, Digga! Man knallt den N*** raus, Digga! Man hat die Fresse, du B****! Ey, komm! Mach die weg, den B****! Ey! Der muss kratzen, Alter! Komm, es reicht! Ihr müsst das schnell machen, der Start ist zu viel! Ja, deswegen! ULTA! 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 Oh, geht weg! Fahrt zu der Tunnel! Die Medik NATO hat Buffalo im Auto. Wir kriegen den da eh nicht mehr raus. Timo, ich sitz doch im Lambo. Soll ich umsteigen? Das schafft er? Nein, das ist eine Sprontaleaktion! Dann kannst du da sitzen bleiben! Wir treffen uns! In der Garage von Business Tower! Was ist jetzt mit oLته? Habt ihr den? Nein ... Der ist bei den Medikisations. Wir brauchen jetzt einen, der vorne ins KH reingeht ... Weil eigentlich muss die das melden. Die Frage ist jetzt, ob die... ich kann mich jetzt k1 einschmuggeln weil ich auch anwälte nennen ja das was auch ich war die ganze zeit jetzt mit denen da ich habe nicht geschossen wo auch da war und da lag ich habe die haben auch nicht gesehen dass ich eben den peter umgeschossen habe ich gehe jetzt da ins karen ja nicht versuche die rausholen weil die auch nicht was da passiert ja auch hier bei uns und jetzt musst du ja dann versucht das irgendwie zu drüben dass du nichts zu tun hast oder sondern welches ist hauer gar nicht so gut so was ist dann fährt er nicht einfach ein drafter hin und spotter wie gestörter dann fahrt dahin dass man drei bullen fahrt hier hin machten kohlen die eigenen fragt medic machte zu hören wie viele sind zum tunnel da sind zehn autos oder sogar eingefahren ich habe auch gesehen ich brauche ein auto dass ich fahren kann wir fahren richtung die bleiben baustelle oder das geld hier fährt eine riesen kolonne an die mussten wir raus die halten ihr müsst das hier halten keiner darf die kippen weiter der trafter von uns verpisst euch vorm kahr steht die chance sich zu stellen die halten ist rein und sagen dass man sich nicht auf die 20 mann jetzt hätte ich nicht hier unten seid einfach ruhig hör mir zu nur selbst schüsse es bringt nichts dazu schießen wenn ihr da einem einen hit gibt schießt noch ein bisschen mit pistole lasst ihr euch deine money wasten die sind gerade auch schon oben dass sie einfach jetzt ein bisschen mit pistole gegenhalten jetzt hier guckt dass sie so piekt dass sie keine pappe also keine weste ziehen müssen probiert mir nicht in den rücken zu schießen wenn ich hier stehe passt auf dass hier die autos nicht kaputt schießen selbst darauf dass die autos explodieren das hoffen die das ding ist ich darf doch flüchten oder da habe ich mein lambo reinfahren und die alle überfahren und wegfahren schnell aber wenn ich platze da nehme ich doch mit ja muss die sein muss ich sagen ich auf der rampe platzen also schnell marki holen ja ich fand es aber gut wie direkt oben an der rampe kam und schießen scheiß mal kurz darauf zu machen kevin hol mal band ab dass man marki holen und dinks ich muss gerade kurz reppen mich ja und dann holt mal liegt noch ab ja ich bin ja die kommen mit dingen die kommen brickets ihr könnt ihr dreistiger killstreak machen die machen die machen ja sollen die machen digga die sollen uns zu machen ihr dürft nicht sinnlos nach wie es konnte der gehen hä der lag doch aber der ist einfach wieder gegangen die kommen 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 hey halt rechts an dem auto vorbei rechts an dem auto vorbeifahren einfach rechts rechts du bist ganz allein vor der schauke hier eben nicht rein da da alle drauf alles drauf der muss alle drei 9unu rein die trocken die trüarti zwei beim kakao warum kommt 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 mal ansgeraum wie hier guten die jungs im zwischen oben kommt 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 weiter weiter für die mutter mit der mutter mit dem mutter mit der musik ist nichts vor dem recht so angehen Pushti, rein! Kevin, wo bist du? Rechts, rechts rum, weiter rum! Weiter Pushti! Hinter uns, hinter uns! Hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns! Ja, Mann! Raus, raus, raus! Raus, raus, raus! Okay, kurz ziehen, ziehen, kurz ziehen! Komm, 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 komm! Autos besetzen! Nein, nein, nein! Keine Autos besetzen! Ey, Ben, wie lange braucht ihr? Ich bin jetzt 30 Sekunden, ja, 20 Sekunden! Ja, okay! Wir fahren mit zwei Schafteln raus! Da oben ist Piki Streich! Da oben ist Piki Streich! Da oben ist Piki Streich! Fahr weiter, fahr weiter! Piekt nicht dumm, piekt nicht dumm! Was machen wir jetzt? Fahren wir oder bleiben wir? Hör zu, hör zu! Hat noch einer eine Weste wenigstens über? Ich habe keine mehr! Ja, Dean, komm her! Ey, wer von uns nicht rum auf dem Dach geht! Komm her, wer braucht Weste? Hände hoch! Ich, ich, ich! Komm her! Ey, jetzt, Jungs, Jungs! Chillt jetzt bitte! Ja, gib mir auch einer bitte eine! Danke, danke! Ich brauche auch noch eine! Ey, wartet jetzt ganz kurz! Komm her! Das ist mein Letzte! Ich habe auch keine mehr dran! Ja, ja, alles gut! Behalt deine Letzte! Seid jetzt bitte, bitte, bitte ruhig! Mich bitte, Jungs! Wir wissen nicht, dass ich von denen bin! Digga, die lassen mich laufen! Ey, wie viele sind da oben, Malik? Sag mir, wie viele da sind! Ja, da ruhig gut pieken kann! Ah, Digga, sind schon noch gut viele! Ja, ungefähr zehnmal! So ungefähr! 10, 15... Hier rechts ist! Also Malik und Ben, wenn ihr mit der Marquis jetzt arbeitet, dann könnten wir... Ja, ich mache keine Marquis! Du hast bei mir die Hände um, schieß! Mach mal eine hoch! Jungs, warte mal! Die sind keine mehr hinter der Mauer! Wir können da die Autosegbäten rausfahren! Ah, jetzt... Warte, warte! Der Brick jetzt ist auch offen, ne? Warte, ich fahre den Brick jetzt! Ja, aber das ist tot! Der ist tot! Kannst du links einsteigen, oder? Ist der offen? Ja, aber das ist tot! Hört mal zu! Hört mal zu! Fünf Leute sind da oben an der Mauer, zwei sind auf dem Dach, die reinschnipen oder so! Die auf dem Dach sind die? Auf welchem Dach sind die? Ey, warte! Ey, auch gegenüber von der Einfahrt! Ey, Pink, bitte, man, Brick jetzt bis zur Seite! Ey, ich geh hinter dir auf dem Dach! Ja, Fahr mit dem Schaffte einfach rein hinten! Ich geh hinter dir auf Dach! Ey, der Heli's low! 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 Ich brauch jetzt Fokus hier! Ey, ich brauch jetzt die volle Konzentration! Ey, da sind zwei Leute auf dem Dach! Unser Heli, könnt ihr die irgendwie kontern, dass wir hier rausflogen? Der Heli's low! Der Heli's low! Nein, nicht hochlaufen! Das ist zu weit! Ja, dann besetzt die Autos! Aber vorher mal reparieren oder die Autos? Vorher reparieren! Ey, gut überfahren! Ey, bitte, bitte! Seid mal ganz kurz ruhig! Ey, ich hab den Brickett! Ich weiß, den Brickett hoch! Der Heli's low! Warte, 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 warte! Wasser, Digga! Okay, okay, okay! Ich hab noch kein Auto, Digga! Hey! 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 Wo? Welch? Welch? Sag! Und so ein Riesendrama wegen einer Frau wieder! Ey, vor allem, wir waren noch am Tee, ähm, am PD gewesen, Timo und ich und wir haben echt gesagt, Jungs, wir wollen kein Blut vergießen, es wird gleich knallen und die so, ja, ja, alles geht, alles geht! Aber hier liegen 100 Leichen, Digga! Jetzt liegen die alle, Digga! Geil! Habt ihr von uns so eine Anzeige gemacht, hätte keinen, also hätte keinen interessiert! Habt ihr die Fahrzeuge schon hingestellt, da wo die Leute liegen? Ey, war ganz kurz, ist hier ein Nieder-Shopter von dem PD dann mit Bayern, so ein Niederfahrzeug? Ist unser, ist unser. Hey, überleg mal, Kevin, weißt du, wie oft wir schon zu einem PD gegangen sind und wegen der Fragans beschwert haben? Wir haben uns nie geholfen. Du hast zu den PD-Lern gar nicht gesagt, nicht mit den Gents. Doch, doch, ich bin bei Warnchen hingelaufen und meinte nicht mit den Lord. Doch, doch, hab ich gemacht. Ey, wir haben schon gefunden den Start, Digga! Bene, wie ist das jetzt eigentlich? Wir haben den Start gef...t. Ist das Ding jetzt damit durch oder wachen die auf und erinnern sich an alles und dann geht's weiter? Ich bin jetzt auch da. Guck mal, die Sache ist... Dadurch, dass wir gewonnen haben... Der Jack hat alles geklickt. Ich kann... Es ist an sich vorbei. Weil... Die haben ja niemanden von uns rumgebracht und haben keine zugehörigen. Okay. Also, sie können ja nicht nachweisen, dass das jetzt gejetzt war. Geschnappt mit deiner Alte! Ich verstehe. Ey, warum? Was war denn? Was war denn? Sie hat rumgekünscht. Wegen deiner Tonja mussten wir grad 50 Starter töten. Ja, warte kurz, warte kurz. Jack, ruf einfach Kevin oder Geron an. Erklären es dir. Ja, warte. Geron... Jetzt ruft der Geron an und ich mich. Er ruft selbst dich. Er wird selbst mich anrufen. Wenn ich... äh... nicht an. Mein Drip ist viel zu hart, genauso wie bei Gunner. Ich zieh am Tanga. Ja, die Kleine hat was. Sie ist der 10 von der 10. Das ist Standard. Sie ist eingebildet. Und ich mag das. Ich weiße dich auf Gunner. Oh mein Gott. So coıp